Was denn? Wenn Can auf dem Feld ist, dann schießt eh keiner von uns den Elber. Der packt sich den Ball. Nein, nein, nein. Ich bin es, die Agentur. Dann soll der erst mal zum Training kommen. Was? Nein! Geil! Gut, was ihr macht. Ey, das gibt's nicht. Leute, wer hat's euch gesagt? Hat nur 100 Euro gekostet. Was ist los? Allein heute 100 Euro. Boah, geil. Das ist meine erste Ikone, die ich gezogen habe. Ja, wegen wem? Ja, wegen wem?